im moment zurück bei die butlers hallo hier ist auch was da schimmert es irgendwie so blau bei mir okay das sag ich doch bei mir aber das ich glaube das hat aber nichts zu sagen hier das gestein es ist ja aber hier unten das in felsen meine ich das ist glaube ich einfach nur so das weiß ich nicht ich auch nicht kommen schon scheiße steckt da irgendwie was die ganzen eine hier kaputt hat er schon gebuddelt hier durch immer ich will kurz lehren ach scheiße ich muss anheit für ausland da ist aber schön blau wahrscheinlich auch schöne geräusche wenn man durchläuft aber kristall was macht er leuchtet blau da ist ein stein ein fossil das wort setze hatte ich hab's 1 alles meines so leuchtest du so schön ich habe meinen leuchtstein dabei meine kleine taschenlampe an ich glaube die bringen nix also wenn man die abbaut leuchtet es dann nicht mehr so das wird schon wenige das sind jetzt so vielversprechend in der hülle das sind jetzt so das ist ein bisschen obi obi da ist ein fossil nicht ein ei großartig eigentlich kann es mich umgreifen problemlos gehen die dann kaputt ja wenn sie mich attackieren dann platzen es weil die so wenig aushalten ja nicht die ziehen nur ein wenig ab ja du hast halt wahrscheinlich einen anderen passiven perk drin das kann durchaus sein das ist ein super lebensenergie hier oben dran ja wo geht's da runter oi 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 wo ist ein fossil warte mal ich mach mal ach 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 schuldigung was ich geh jetzt nicht hin du wurdest eins mit der plattform warte ich mach noch eine hin wo ist es denn ganz blöde höhe du musst wieder hier von vorher dass du es mal drunter setzen kannst ich poddel mich jetzt ein Stück durch und dann kann ich es weiter runter setzen dann kannst du gleich direkt auf den Podium zu dem Ding ach so ja das ist stimmt das ist doch was die scheißviecher krabbeln überall darum bald mit sicherheit gleicher und ich sehe es schon kommen muss der ob ich das morgen halt ja ich weiß mit 33 meter klar kannst ja ich mache plattform dann hast du das andere von oben mitgenommen fliege fiecher und hier ist auch krabbel fiecher wieso rennst du weg du arsch Hier ist Nitro. Jetzt muss ich mir erst einmal schauen, was da herunten muss, als sie ist. Okay. Ah, oh, beinahe runtergefallen. Begnet es in einer Höhle? Hm, genauso wie es aus geschlossenen Wänden rausbläst. Ja, das stimmt. Nichts ist unmöglich. Oh, Jota, oder wie war das? Ja. Hier ist blauer Stein. So, das sind nur die blauen Dinger da. Hier ist was grünes. Brauchen wir was grünes? Keine Ahnung, nimmst du einfach mit. Ja, das ist an der Decke oben. Scheiße, wo ist die Maulü? Hier. Kannst du ihn holen. Ah, hab ich auch gemacht. Irgendwas grünes. Scheiße. Höftflen. Ja. Höftflen. Tja. Höftflen. exactly! jetzt muss man da runter ohne zu sterben ach das ist der auf dem weg zu dem grünen ja ich hab's auch fast ich verlaube gleich herunter ich muss dann noch das war für vorteil weiter unten brauchen aber ich will das erst kurz mitnehmen war sie ist ja schon leuchten das sieht aus wie von grill ländern so als raterne ja ja was ist grün so jetzt habe ich es guck mal ich leuchte das sehe ich gar nicht alles wo muss ich hin zu dir klappt die machen wir das gerade auf die altmodische art und weise ich bin selber da wie dann warte ich mal hier oben ist nämlich auch noch zu euch die geht es glaube ich weiter na klar der molly rennt an mir so da rennt über mich rüber der kinder nix ja ich bin ja schon auf geregen besuch so wie doch kurz Zeit für den scheiß Ah, direkt rüber mir. Ja. Das geht schon. Ach, bin ich da. Ja, bisschen leicht. Das ist gut. Ach du Scheiße. Da oben kommen ganz viele von der Decke. Und ganz dicker. Aber der ist schon ganz dicker. Der andere hängt da oben. Das ist der Dope, was du das erste Mal gesehen hast. Ja, jetzt fällt er eh runter. Oh. Das ist Ö. Bei mir. Das ist gut geworden. Wir haben voll wenig Fall Sides. Ja. So richtig. Warst du ganz unten? Hast du da alles? Ja, bin ich davon ausgegangen. Ja. Das müssen wir hier oben rein. Ja, aber abwärts. Jetzt braucht es auch nichts mehr. Jetzt hast du eh keine Munition. Schütze. Oder mal auf einmal. Ich schieß. So. hier ist eins hier waren komische fliegeviecher gerade hier ist was grünes wieder ab diesem oder über das ding heißt bis hier das wand ja ich schau gleich da leuchtet doch was und so die goldene beute laufen ja geht's heißt das 18 haben wir jetzt die firma jetzt von 30 die müssen ausschlafen dort die grüten nicht Warte, ich seh es noch nicht. Gold. Am unten bist du schon wieder hier. Mal da einen Weg suchen. Geh ja einen Weg bauen, ne? Da war noch Gold, das muss man ja mitnehmen. Geh ja einen Weg. Geh ja einen Weg. Geh ja einen Weg. Sie ist auf jeden Fall viel Gesundheit die ganze Zeit, ne? Hm, das war jetzt noch mal Gold. Hm, noch mehr Gold. Ich hab' den verloren. Ah, ich bin voll, scheiße. Wo ist der Mauli? Ich weiß ja nicht einmal, wo ich hin muss. Da ist ja voll die Riesenhöhle. Oh, hier kocht jemand. Vorher gut? Ne. Vorher Essen. Schmeckt's? Schmeckt's? Das weiß ich doch nicht. Ja, nicht bei mir. Mir macht's gut. Ja, gut. Ja, gut. Regen tut's. Eine Woche noch, dann ist die Küche da. Äh, dann ist die Küche da. So. Hoffentlich. Ja, ist doch toll, gell? Ja. Ich hab' was gefunden. Was denn? Moor Kite. Nach, über dir. Bei mir? Oh. Brauchst du was zum drauf springen? Genau, weiß ich noch nicht. Ach da. Mach mal Licht. Ich seh' das nicht. Da. Warte, die Lok gerade noch. Und da ist... Hier ist auch noch was. Ja, ein Hydro. Mal schauen, ob's hier noch weiter geht, oder? Da ist eh Ende. Äh. Wo ist denn du jetzt da noch geschissen? Ah, da ist eh Ende. So. Ach, wir müssen eh dann auf. Da ist, äh... Warte! Jetzt. Untergefallen. Ah, da ist es nicht durchgegangen. Wo ich hier wollt. Und du sitzt mir da irgendwie ein bisschen anknocker drüben. Äh. Ich muss ja schon mal... Naja, jetzt geht's ja, aber... Das Morkite, das, äh, das Nitro, das ist so weit rausgestanden. Ach so. Hier ist auch noch. Morkite! Entweder es kommen hier noch einen Haufen Viecher, oder das war's. Ähm. Magst du dir das als Mühlschneil abholen? Warte. Ich baue hier noch fertig ab, Moment. Steht er dir wieder im Weg? Hehehehe. Er stand ja genau auf die Halbe. Ist er grad in der Luft geflogen? Ungefähr, ja. Ah, beinahe runtergefallen. Geht's da, wie? Na? Ja. Ah, ein Stück. Ein Stück. Ein Stück! Jetzt ging's da grad aus, weil... durchbruch! Jaaa... Wir haben einen Durchbruch zu verzeichnen. Einen Durchbruch? Ambekanische Forscher haben wir durchgefunden. Was? Oh. Können ich nicht. Kann ich nicht. Ist das noch mal ein Film? Ah. Schäbig leuchtet. Oh. Das geht ziemlich schnell kaputt, das Zeug. Jaaa... Gut so. Ist der Scheiße hier. Der war's. Jaaa... Jetzt er da! Ganz er! Wir sind so schnell! Jaaa... Hast du gesehen? Was das gemacht hat? Das ist nicht einfach so versteckt. Jaaa... Es ist immer hin und her gedodcht. Innen her gedodcht. Jaaa... Links, links, rechts. Und du häkeln! Bim, 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 bim! Bloß nicht, Herrmann! Na? Nee. Ach, Morkart! Brauchen eh nicht mehr viel. Ach so, na? Passt schon. Passt nix mehr aufbauen. Aber es muss alles weg. Hinter uns kommt was. Es brauchen aber nur diese beschissenen... Im Stück zu halten, ja. Jetzt geht's doch weiter? Hier ist noch. Joa... Geht's schon weiter, aber... Ob wir hier Fossilien sind, weiß ich nicht. Oh, wieder was. Ja, muss ich wieder. Ich hol mal Mumbel, ne? Ich hab jetzt keine Ahnung. Ich hab da unten auch vor mir eine Batteriezelle entdeckt. Vielleicht ist das wieder so ein extra. Oder schon mal. Ja. Was ist das schon? Geil. Ich hol mir mal Mumbel. Joa. Wo ist das Ding, wo du gesehen hast? Ganz weichig. Ab hier? Ja, hab ich schon gesehen. Ja, das Geschütze macht schon. Ich geh mal da hinterher zur Batterie. Ich war auf dir gestanden. Aber nur kurz. Joa. Ach, da braucht man wieder so zwei Stück. Hier ist noch einer. Oh, da kommt glaub ich was. Was soll da kommen? Hier ist Nitro. Wir müssen das noch zusammenbauen. Da sind wir rein Nitro. Oh, du hast einen Haufen Spinnen. Bei mir ist auch was hier. Ach so, das floppt hier Zeug raus. Komm mal her. Ganz viel. Moment. Hier, das hat Zeug rausgeschmissen. Aha. Ach, eine gute Füße. Ich geh' da wohl auch weh. Ich hab' irgendwas eingesammelt. Was? Kosmetik. Für irgendeine Waffe. Nein! Oh, scheiße. Wo bist du? Dort? Oh, oh. Jetzt fall' ich da noch runter. Was? Mir noch, oder was? Ja. Ziemlich. Da war noch mal ein Walk-Kide. Ein neuer Tunnel. Aber... ...bräuchte mal ein bisschen Leben jetzt. Ich glaub da auf dem Heubenweg runter ist was. Da war ich aber schon vorbei. Ach so, das haben wir ja schon. So finden wir keine Fossilien ey. Niedenswo. Niedenswo. Wahnsinnig. Oh, kleine Spinnen. Scheiße. Oh, da ist aber ein Batzen. Oh, Mann. Du weh. Du weh. Ach, da hinten ist wieder das grüne Leuchten, ey. Du weh. Du weh. Du weh. Du weh. Du weh. Du weh. Ich bin gerade im Krieg. Ach so, das ist so. Hier ist schon wieder. Okay. Oh, jetzt noch mal so ein grünes. Ich brauch mir nimmer. Oh, ein dicker. Gut. Klar. Jetzt muss er hier rausgasen wieder. Ja. 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 Aha. Wau'm Zeug hier. Ja. Soll ich jetzt mal noch dran. Wofür man das gold braucht? Nee. Ich weiß ja nicht, ob es angezeigt wird. Es irgendwo dann rausgibt. Oh, irgendwas hab ich grad rüber ange Потому. Ja. B alémativa mich nicht über die Kuhlhausgabe. Rhythmus ich gucke. Joeания in den Handkomanta. ich hab da eine riesige ader nitro vor mir naja die war 42 nitro groß hast du da den gizimor bist du mir schon raus geholt? ja eigentlich schon aber vielleicht ist hier noch einer weil es immer noch leuchtet wir können uns mit munition tot werfen ah ist weg bei mir was machts? das grün verschwindet bei mir ne 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 das leuchtet noch eh bei den pudeln achso hier oben ist noch rotes zeug ja da drüben hab ich da auch noch was gesehen die rollen messisch ja geht ist aber auch ganz schön viel hier was ist alles das ist alles das ist alles aber irgendwie ist hier eine Kasse Ich war in die Fossilien. Oh, oh. Oh, da kommt einer. Ganz so dicke. Oh, kommt hier. Oh Schade. Ich muss mich jetzt echt da wieder hinauf. Ganz so oben. Ist ja schon da oben. Ja. Ja. Kann man auch hinter uns. Du kannst nämlich die ganze Schräge da ein bisschen aufhören. So Hupfen mäßig. Wenn man die Leertaste schön mitdrücken. Ah. Ja, ganz, ganz so. Bei mir hat's funktioniert. Ja, du warst aber auch noch weiter oben. Ah, jetzt war ich schon wieder halbe Runde. Ist doch bei dir was groß ist. Äh, ja. Das ist bei mir. Ja, lock's mal zu dir. Weil ich sitze hier gerade ein bisschen in der Klemme. Und da ist noch eins. Ah ja, super. Ist du das eine weg? Ja. Das andere kommt mir aber gleich wieder an den Arsch. Ja, ist weg. So, gehen wir gleich mal wieder Muni holen. Ja, genug Zeug haben wir ja. Na, das ist 290. Ach so. Das geht. Ah, aber da war ja Vorsicht solber noch mal was. So, ich bin da oben. Ah, ganz so willkommen. Da hinten leicht was ganz blau. Ich schaue mal da hin. Ach, das sind die Steine. Scheiße. Wir müssen mal Dinger finden jetzt langsam. Na, ich find sie auch nicht. Ach so. Hast du jetzt Muni geholt? Nein, noch nicht. Kann doch nicht sein. So eine riesen Höhle hier und... Warten wir da hin. Ich muss das zeigen. Ach, oder kam mir da hin? Daher. Hier geht's nochmal runter. Da muss ich mal da raufkommen. Also da wo ich jetzt lang gegangen bin, kommt's noch... Hier meine ich. Da raufkommen. Gute Güte. Dieser Scheiß Regen, ne. Da sieht man nix. So, mal wegzoomen, rauszoomen. Das ist ja ewig, wo wir schon überall unterwegs waren. Ja, ich hab grad nicht. Oh ja. Aber da kam mir her von. Oh ja. in dem... langen Ding unten. Echt? Ja. Okay. Das ist da ja keins. Also doch wieder rauf. Aber da ganz im Eck waren wir vielleicht noch nicht hier hinten. Marker auf! Doch, hier sind auch schon Lichter. Ja, da wo ich jetzt seit war, waren nur keine Lichter da hinten. Bei dir. Ja. So. Ach, da ist ja glaube ich eh schon wieder 40 Minuten. Fast, ja. Das hab ich denn auch immer da zurücklaufen müssen, ewig. Die geben uns geschlagen bei dieser Mission. Ach. Oh. Scheiße. Das bohrt sich doch ganz runter. Ah. Da wo wir herkommen, he? Nein, das lange Ding. Ja, da wo wir gerade wieder aufgekämpft haben. Nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Muss jetzt nicht wieder sein, oder? Uh, die sind 40 Meter da. Oh, oh. Scheiße. Ja, bei mir auch scheiße. Haha, bei mir nimmer scheiße. Bei mir auch nicht. Na ja, jetzt kämen wir uns außer die Viecher. Ah, die ticken. Oh, da ist er. 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 Eine Umweltverschmutzung was wir hier machen mit dem. Oh. Oh, da ist ein ganz dicker. Oh. Er ist da voll ausgeploppt. Ach, leck mich. Ich bin weg. Okay. Ich brenne. Wir sind eh schon da. Oh, hier ist noch was grünes. Auf. Uh, die war auch fast hin. Echt? Aha. Ja. Erfolgreich. Wenn er nur zum Teil. Na gut. Das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Wiederschauen. Danke.